Ich bin die beherrschende Kraftquelle meines Lebens. Ich hatte einfach genug davon, weder lustig noch glücklich zu sein. Meine Persönlichkeit hat mich krank gemacht. Werden Sie sich so nett beiseite zu gehen, Sie Arschloch! Ich gehe weiter, wenn es mir was verdammt noch war, du Miststöck. Die Frau hat wahrscheinlich eine ziemlich beschissene Lebensgeschichte hinter sich, die es quasi erklärt, wie sie dazu kommt, mich im Supermarkt zu schlagen. Wie heißt der Satz bei Beckett? Gebrüllt vor Lachen inmitten aller heftigsten Lines. Es gibt ja eine Theorie, wie gesagt, dass man durch negatives Denken die Schlimmdinge, die an Biederfahren im Grunde selbst verursacht. Ist das ein Überfall? Arschloch! Halt den Mund, ich habe nichts getan, ich bin verrückt! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020